Jetzt muss doch einer was sagen. Ja, du. Ja, ich, okay. Ja, hallo Leute. Wir machen weiter mit Let's Play, Serious Sam, Hardy, The First Encounter. Jetzt habe ich das HD nicht vergessen. Jetzt hast du das Together vergessen. Ach man, ich krieg's auch nie hin. Das ist zu lang, der Name. Das ist klar. Wir sind im Level Oasis oder Oase. Immer noch Oase. Und ja, das wollen wir heute mal machen. Ich würde sagen, wir starten ja einfach mal mit nach rechts laufen. Da gibt es nämlich noch Munition für die Tommy Gun. Das ist eigentlich nie verkehrt. Ich krieg immer, wenn du Tommy Gun sagst, auch mal von dem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und von den Zuschauern kennt es wahrscheinlich niemand. Aber das ist geil. Ich mag das. Du kannst das nicht. Du hast ne Armor. Und der spawnt. Okay. Wie viele kommen denn von den Arschgeigen? Aua, boah, ich habe irgendwas voll krass kapiert. Ich habe den voll auf die Eier gezielt. Boah, ich habe irgendwie so einen Feuerball von dem voll in die Phrase gekriegt. Ja, ich auch. Aber du hast mehr Leben verloren als ich. Das freut mich gerade so ein bisschen. Und ich bin in diesem Part auch endlich wieder in der First-Person-Sicht. Ganz toll. Mach schon. Boah. So, jetzt haben wir hier diesen Aludraner Reptileute Islander. Ganz toll. So, Kiep. Willst du mir nicht mehr helfen bei den Gegnern? Das waren doch nur drei Fleas. Das waren voll viele. Also, bei mir ist das was, wenn es nur drei, vier oder fünf gewesen wäre. Schleinii! Den habe ich, den kriegt man auch hinter uns. Watt, wo? Schon gut. Also sind da wieder die Bombies? Watt, die haben alle so geile Namen bei mir. Ja, merkt ihr schon. Du machst mal die Pferde, okay? Ja, hallo! Sind gerade alle hinter mir her! Nicht nur hinter dir. Ja, dann hilf mir mal! Wo bist du? Boah, da hat sich gerade einer voll in meiner Fresse explodieren lassen. Also, ich habe nix abgekriegt gerade in dem Fight. Haha, und hinter mir waren sie alle her. Alter, Mist, da habe ich nicht aufgepasst. Da kam einer von der Seite. Oder gibt es wenigstens dicke Lebenspunkte. Solange nicht von hinten kam. Haha. So, alles einsammeln hier. Wieder ein paar Lebenspunkte. Jetzt hier auch alles einsammeln. Ich habe nämlich nur noch 121 Schuss mit der Tommigun. Ah, ich habe mehr. Jetzt auch wieder. Ja, du kämpfst da auch nicht so krass wie ich. Nein, gar nicht. Schleinii! Ich habe den Schleimklumpen zerballert. Ja, den kann man zerballern, weil der der verfolgt einen sonst. Da wusste ich nicht. Da kam Ellen, ja. Da sind Bombiiiis! Ich höre immer noch einen. Ich nicht. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. So, da in der Mitte liegt noch Tommigun. Unter Wasser war auch noch Munition für die Raketen. Ja, das hatte ich mir schon geholt. Achso, ok. Ich hole mir jetzt die restliche Tommigun Munition. Das ist ja auch die Tommigun. Ich glaube, wir sind hier fertig. So, lass mal weitergehen! Weiter geht's? Weiter geht's. Steine. Krass, ich dachte eigentlich, dieses eine große Vieh, diese Highlander, uh. Ich dachte eigentlich, diese Highlander ist ein Endlust. Ist doch mal auf die Warten vielleicht? Aber... Ach, ganz toll. Boah, scheiße. Hä? Granatwerfer. Das erklärt, wieso ich mich gerade selber in die Waffen schwenkt hab. Das hättest du mal vor... Nö, nö, nö! Ich lebe noch. Aber ich hab mir ein bisschen sehr viel Schaden gemacht. Ah! Alter, die Pferde regen mich ebel auf. Boah, ich hab nur noch 72. 72 was? Willst du mal angucken, wie viel ich hab? Ich hab viel weniger. Ja, und ich hab direkt meinen Granatwerfer alle gemacht. Ja, ich hab mich direkt damit selber in die Fresse geballert. Weil ich nicht wusste, was das ist. Das sah doch schon aus wie irgendein Raketenwerfer oder sowas. Ja, ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer, aber nicht ein Granatwerfer. Ah! Was war das denn jetzt? Hallo? Kannst du aufhören auf mich zu ballern? Ist du jetzt gestorben? Du hast mich... Ja, du hast mich grad getötet. Vielen Dank. Ich hab dich überhaupt nicht getötet. Friendly Fire ist aus. Hä? Ja, aber mit Raketen geht das bestimmt. Nein. Friendly Fire ist aus. Hä? Der Typ hat dich gekillt. Warum bin ich denn dann... Der große, der hingespawnt ist, hat dich gekillt. Der stand auf mir. Das war ekelhaft. Der stand auf dich. Oh, ich hab... Ah! Geh nur nicht einfach weg! Nur nicht. Ach, deswegen. Deswegen. Hey, guck mal, wir haben gleich viel Anzahl an... Gar nicht. ...Dings sind. Hä? Ach, Mann. Wieso kannst du was einsammeln? Wolle ich schon eingesammelt. Hä? Oh, jetzt dachte ich, du wärst ein Gegner. Mein Glück ist Friendly Fire aus. Troll. Da hat schon der Kopf, hier ist ein Frosch. Ah! Oh, neben. Hier ist nun wieder irgendwo ein Pferd. Hä? Ja, guck. Toll, genau. Alter, wie... Wie treffen die mich denn immer? Unfair. Ey. Oh, oh. Serious Pack. Let's get serious. Das ist der Serious Pack? Ach ja, schön. Ach du Scheiße. Du feuerst einfach mal wild rein. Gut, dass die mich noch nicht entdeckt haben, ne? Ja, aber mich? Ja, aber das ist lustig. Nimm die Tourmigun. Oder den Granatwerfer, falls du noch wieder Munition davon hast. Ja, ich hab immer noch welche. Dann nimm die Granatwerfer oder irgendwas, was explodiert. Hab ich doch! Das Ding explodiert aber ja nicht. Warum sind die eigentlich alle hinter mir her? Weiß ich nicht. Weil die dich lieber mögen. Kann nicht passieren. Was ist denn? Ey. 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 Ich hasse Frösche. Ah, wo ist das Vieh? Mann, ich treffe mit dem Granatwerfer nicht. Ja, ich auch nicht. Deshalb hab ich's hier nicht genommen. Doch jetzt, heh heh. Da ist grad Tommy gar nicht gefilmt. Das ist vor uns. Sehr gut. Boah, iiih. Ich ess nie wieder... Ne, warte. Ich hab noch nie Frösche gegessen, aber... Oh, die Mucke ist geil. Ach, schade. Jetzt zu Ende. Ja, ich hab sie so leise... Hast du, ob dir Schaden gekriegt in dem Kampf? Hallo? Guck dir mal meine Lebenspunkte an. Hast du sie denn vorher? Ich hab... Nein, ich hatte vorher ein paar mehr. Ich hatte vorher 100. Oh, yeah. Ich hab ein bisschen mehr Schaden gekriegt als du. Obwohl die alle auf mich gegangen sind. Ja, später leider nicht mehr. Dann haben sie mich entdeckt, da wollten sie dich nicht mehr. Hey. Kann ich auch verstehen. Ha, wie ich grad beide gekriegt hab. Alle dreimal nicht, natürlich. Ah, Alter, was geht denn hier ab? Ne, ne, jetzt auf mich schießt. Nein, mach ich ja gar nicht die ganze Zeit schon. Boah! Ich baller doch die ganze Zeit, was machst du? Aber du hast mich auf den roten, großen geschossen. Das ist ja erstmal versteckt. Ja. Nein, ich bin durchgelaufen. Ich hab die Raketen kapiert. Ja, das... Aber vom Feinsten. Hier in so einem Enggang kann man auch scheiße ausweichen. Ja. Doch. Sie sind aus der Deckung geschossen. So, ich muss mal grad meine Hinweise gucken, weil die ganze Zeit unten rechts bei mir das Symbol da aufploppte. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich wollte das schon wieder was einsammeln. Das macht bestimmt wieder die Tür auf. Hier. Ganz toll. Das ist wieder dieses eklige Ding, was ich kann. Ach nee, das war das Level. Cool. Wir haben das Level completed. Wir haben nur eins von sechs Secrets gefunden. Und hier kommt Troll. Geil. Unglaublich. Dünnen. Da wir alle vier Elemente besitzen, bin ich zuversichtlich, dass unsere Mission erfolgreich verläuft. Jetzt reisen wir nach Memphis. Das müsste hinter dem Hügel da vorne sein. Dort finden wir bestimmt ein paar Antworten. Ich glaube nicht, dass du leicht hineinkommst. Oh, beeil dich mal bitte, beeil dich mal bitte, beeil dich mal bitte. Ja, bin da. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wie ist die Morden? Ja, ich seh's schon. Cirrus Peck! Aaaaah! Ich geh hier ab! Soll ich mich doch mal denn da daneben schießen. Wo? Ich bin doch gar nicht daneben geschossen. Musik ist cool. Genau fünf Raketen aus die großen. Gut, dass ich die Raketen gar nicht benutze. So, serious Peck. Ah, ich hab schon wieder zwölf Nachrichten. Was ist denn das? Oh, warte, ich muss mal kurz meine Nachrichten angucken. Hey, der kommt über alles zu, der Bomber. Jaja, bin schon da. Ach du Scheiße. Komm auch von hinten hin. Geh weg! Bombies! Geh weg! Arsch gerettet. Wo bist denn du überhaupt? Ich kann in der Mitte rum, damit die, falls die von hinten kommen, nicht direkt hinter mir stehen. Dann hab ich dir doch nicht den Arsch gerettet. Aber egal. Der Gedanke zählt. Was? Ey, wir kommen in Level und es geht direkt voll spannend los. Was? Ja. Ist doch gut so. Das ist ja erstmal eine langweilige Minute gelaufen oder was? Es ist natürlich blöd, dass wir jetzt nur noch fünf Minuten Zeit haben und das neue Level schon startet, weil dann können wir nicht wieder anständig einen Cut machen. Oh. Dann müssen wir wohl den Anfang, wenn wir das nächste Video starten wollen, nochmal spielen. Passt. Hier gibt's auf jeden Fall Raketen. Das kann nur eins bedeuten, dass du den Raketenwerfer rausholen solltest. Ich hab aber volle Muni. Was? Wo? Wo ist es denn? Ich glaube, meine Rakete hat den getötet. Noch zwei Raketen halten wir auf. Boah. Ah, Pferde! Die kommen ja auch von hinten. Boah. Wo kam er denn jetzt her? Alter. Sehr schön. Einesens ist da ein Herz gestorben. Voll noch gut geklappt! Einesens habe ich 200 von allem. Epike Sache. Epike Sache? Oh, jetzt, jetzt die Dummygang rausholen. Sag mal. Ach, ich verwechsel immer alles. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Freshies. Bombies. Ah! Ich hab Bombies. Und es kommen richtig viele. Schon? Ja. Die Mucke ist auch nicht schlecht. Hört sich so ein bisschen orientalisch an. Hm. Woaaah! Oh. Man muss wirklich hören, wo die Gegner am nächsten sind, damit man genau weiß, in welche Richtung man gucken muss. Deshalb hab ich bei mir auch die Musikleiser gemacht, falls es der eine oder andere gemerkt hat. Ja, das war's. Sehr gut. Hier gibt's wieder ein Serious Pack. Ja, schön. Ach so, Alter. Hätte ich's mal nicht eingesammelt. Kommt noch welche von hinten? Weiß ich nicht, ich lauf grad hier so mittendrinne. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Da ist's halt nichts. Ich werde das nicht bedeuten. Ah! Oh! Ach du Scheiße, es ist ja kein bisschen zu Hause coverage davon. Ach du Scheiße. von allem mehr als ich. Was? Weil ich proben? Boah, jetzt wäre fast ein Spiel abgekackt. Moment, ich reset mal kurz. So. Ist ja nicht schlimm, wenn ich es nicht resette, bei mir ist es ja nicht was ist das denn? Laserkrave? Oh yeah! Was ist das? Dann geht's jetzt ab mit dem Laser. Was? Was ist denn das? Ach wie geil. Ja, den mag ich nicht. Direkt meine Muni alle gemacht mit dem. Ja, hier liegt doch überall Munition dafür. Oder lag. Aua! Ich hab schon erwähnt, dass du diese Pferde hast und wenn nämlich diese Scheiß da angeflogen kam. Boah. Ah. So. Mein Wecker hat übrigens gerade geklingelt. Meiner nicht. Huhu! Das ist natürlich kacke, dass du... Da oben! Guck mal auf der Pyramide da oben drauf. Ach du Scheiße. Das wollte ich nicht. Wow! Direkt hinter mir so ein Vieh. Oh nein! Pferde! Ah! Scheiße! Hilf mir! Ich kann selber mal irgendwie ein bisschen überleben. Oh ja. Geht schon, ne? Ich kassier grad voll. Mach mal den Schleim hier weg. Ah! 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 Das sind ja zwei von! Drei! Ah! 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 Aber hier liegen überall Lebensfunkel zum Glückungen. Ich sage... Oh ja. Da hab ich schon nur eingesammelt ein paar. Huh! Das ist noch so ein Schleim hier oben. Oh! Aua! Wir hören aber auch nicht auf, die scheiß Pferde. Keine Tommy Gun Munizion mehr. Boah. So. Das war doch mal geil. Und wir haben 100 von allem noch. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, da oben... Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ich bin hier. Guck mal da oben auf die Pyramide oben drauf. Das Symbol, das haben wir doch schon mal eingesammelt. Ja, das ist so ein Ankh. Ein Ankh. Da können wir da nicht hoch. Ja, wie machen wir das jetzt? Mein Weg hat schon geklingelt, aber wir sind noch total weit von einem Speicherpunkt entfernt. Sagen wir jetzt tschüss und spielen trotzdem weiter. Okay, gut. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Dann machen wir jetzt hier einen Cut und spielen dann bis zum nächsten Speicherpunkt. Alles klar. Okay, dann verabschieden wir uns für heute von euch. Und wir sehen uns dann die Tage wieder mit dem nächsten Part hier in... Ich weiß gar nicht, wie das Level heißt. Dünen, glaube ich. Immer noch Dünen. Genau. Ja. Also bis dann. Tschüss. Bis dann.